Ja, ich will dich interviewieren. Hier, blau, blau, weiße Girls, wie heißt du? Alex. Alex, was geht ab heute bei dir? Immer alles gut. Ihr seid hier eine Gruppe von 10 Girls, blau, weiß. 12. Was habt ihr vor noch heute? Party. Alles echte Fernsehenser Girls? Ein, natürlich. Okay, und wie oft waschen auf dem Beckenhof? Die Preisfrage. Immer. Ach, schon 30 Mal. Ah, jo. Okay, deine Grüße noch hier. In 4.6.TV. Wer möchte grüßen? Niemand. Sie möchte niemand grüßen? Okay, danke. Wir sind doch alle da. Ah ja, wenn sie alle da sind, dann geht's ja. Danke, ciao.